Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem wahrscheinlich letzten Video, Faxanadu. Wir haben alles, was wir brauchen. Wollen wir mal gucken, ob wir den Oberbösewicht besiegt kriegen. Ah! So. So, ich war jetzt mal zu dem Eingang, der war doch hier irgendwo. So. Hier runter. Ah! Und na hier. Hallo. Ah ja, ich erinnere mich. So, jetzt warten wir ab, bis du runterkommst. So, jetzt. Und oben lang. Ich sagte oben lang, Pöks. Ne. Hoppa, hoppa. So, geht doch. So, du kommst jetzt ja nochmal her. Und stirbst freundlicherweise. Und hier kommen wir jetzt rein. Achso. Und hier kommen wir jetzt rein. So. So, das ist die Festung des Oberbösewichts. Ich werde den, soweit ich ihn noch weiß, ich glaube ich weiß ihn noch, ich habe mir ja noch so ein paar Notizen gemacht, den kürzesten Weg nehmen. Also das ist ein, diese Festung ist doch sehr labyrinthartig, weil sie in x- und y-Richtung loopt. Also man kann sich dazu, wenn man am untersten Bildschirm angekommen ist, kommt man oben sozusagen wieder rein. Und das wollen wir nicht. So, und der kürzeste Weg war... Oh, hier rüber. Hier rüber. Hier das Ointment einsammeln. So, und hier auf. Äh, Power of the Boots are gone. Ja, das brauchen wir, die brauchen wir nicht mehr. So, und hier haben wir nämlich den Evil One schon. Und wir dürften noch durch das Ointment geschützt sein. Deswegen müsste das eigentlich gut zu machen sein. Genau so. Ich weiß, etwas antiklimaktisch, aber... Sicher ist sicher. Oh, wir sind schon zurück beim König. Das ging ja fix. Glad to have you back safely. It will take time, but the elves and the dwarves will become friends and return the peace to this land. Ja, alles wird gut. As it used to be. I understand you will leave to continue your journey. What a restless guy. Ach ja. So, ich dachte, dass ich mich jetzt hier reich... Äh... Äh... Sozusagen in den Ruhestand zurückziehe. Offensichtlich nicht. Ah. Jetzt ist es auch nicht mehr Ockerfarben und hässlich, sondern schön bunt. Mit... ...schönen Wasserfall. Und wir haben unsere Ausrüstung alle abgegeben. Oder wie darf ich das verstehen? Na gut. Nette kleine Endsequenz. Zu einem netten kleinen Action-Adventure. Das, ähm... Ja, wie gesagt, immer gerne etwas unterschätzt wird. Aber, ähm... Also mir zumindest immer sehr viel Spaß macht. Es ist kein Zelda 2, zugegebenermaßen. Aber es ist auch, äh... Ja. Ein netter Zeitvertreib. So, und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt hier noch irgendwas passiert. D-d-d-d. Naja, warten wir mal ab. Ja, also der... Ne, passiert offensichtlich nicht. Ja, also, ähm... Was kann ich noch zu dem... Also, ich gebe zu, der Endkampf war etwas, äh... Einfach geraten. Allerdings ist das die, ähm... Ähm... Bevorzugte Taktik von mir in... Ähm... Ihr habt ja auch gesehen, dass ich nicht besonders gut darin bin, irgendwelchen Schüssen auszuweichen. Deswegen ist das, äh... Wenn ich das mit einem Ointment erledigen kann, immer, äh... Zu bevorzugen. Ähm... Vom Prinzip ist diese... Ist diese Festung eigentlich relativ groß. Wir haben wirklich den aller, aller kürzesten Weg genommen. Den man auch nur mit Wingboots, äh... Nehmen kann. Ansonsten ist der Weg etwas länger. Und, ähm... Ohne Wingboots kann man auch nicht diese Ointment-Power nutzen. Ähm... Andererseits, ähm... Wer es ausprobieren möchte, der Ober-Modz ist auch, ähm... Ohne das Ointment, äh... Zu schaffen. Er macht ja nichts anderes, als, ähm... So die normalen, äh... Hochbeinigen Gegner in diesem Spiel. Er ist eigentlich... Also ich finde ihn eigentlich sogar einfacher, als den komischen, äh... Dwarven King, den wir im letzten Video totgeschlagen haben. Also, ähm... Ähm... Er bewegt sich vor und zurück und schießt Feuerbälle, ähm... Was man schon hundertmal gesehen hatte im Spiel. Das ist ein bisschen, ähm... Enttäuschend gewesen. Da war der... Da war der King Grief schon fast ein bisschen, ähm... Interessanter. Obwohl der ja auch nichts anderes gemacht hat, als der, äh... Ein, äh... Wie ich finde, sehr gelungenes Spiel. Und, ähm... Ja, falls es... Falls die Wertenzuseher es noch nicht selber gespielt haben, ich kann es... Kann es nur empfehlen. Ähm... Es ist wirklich... Ja... Ein netter Zeitvertreib. Gut. Das wär's dann soweit zu diesem, äh... Let's Play von Faxanadu. Ähm... Dieses Video ist etwas kurz geworden, weil ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet hätte, dass das so schnell geht. Das hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Dachte, dass es zumindest noch ein bisschen länger dauerte, aber, ähm... Naja... Äh... Kann man nichts ändern. Zumindest, äh... Kennt ihr jetzt den kürzesten Weg zum Endboss. Ja, ähm... Dann bedanke ich mich, äh... Wie immer für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und, ähm... Dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Let's Play. Also, bis dahin. Tschüss.